Guten Tag, mein Name ist Amos Struck von der Webseite fotos-verkaufen.de und fotos-kaufen.de. Ich befinde mich hier auf dem Zentrum Bild in der Buchmesse in Frankfurt und hier haben sich einige Bildagenturen versammelt und wir werden jetzt mit einigen von diesen auch Interviews führen, unter anderem Pantamedia, Fotolia, iStockfoto. Bleibt einfach dran und schaut einfach gleich nochmal rein.